Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu OpenSense auf Proxmox und den Firewall-Regeln heute. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratoren-Herz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Ja, wir haben letztes Mal schon über ein bisschen was gesprochen. Und ich möchte euch heute insgesamt einige Best Practices zeigen für Firewall-Regeln bei der OpenSense, beziehungsweise generell eigentlich bei Firewall-Regeln. Als allererstes Mal, wir haben unser WAN, unser Wide Area Network, also das, was für die OpenSense quasi das Internet ist, haben wir so definiert, dass man nur auf diese Firewall zugreifen kann. Also auf OpenSense und auf sonst gar nichts. Das heißt, wenn ich nicht in meinem WireGuard VPN drin bin, dann kann ich nicht auf diese Webseite mit einem Standard-Engine-X zugreifen. Das ist klar. Okay, aber trotzdem, wir haben schon ein wichtiges Prinzip hier drin. Allerdings haben wir die anderen irgendwie alle verletzt. Und deswegen will ich die einmal ganz kurz noch darstellen. Also, zunächst einmal ist es wichtig, dass ihr, wie wir es hier schon richtig gemacht haben, möglichst genau definiert, worauf man zugreifen darf und per Default alles deaktiviert. Also überall ein Block drin lasst. Das heißt, ich darf grundsätzlich über das WAN, über das Wide Area Network, auf gar nichts zugreifen. Also, ich darf buchstäblich auf keine Website zugreifen. Das ist meine Standard-Regel. Wenn keine andere Regel davor gefunden wurde, die das erlaubt, dann greift diese automatisch verbieten Regel. Das ist wichtig, dass ihr das als Standard-Regel drin habt. Und zwar sozusagen für alles. Und ja, ich weiß, man muss das hier nicht extra definieren. Man hat das quasi auch so automatisch von der OpenSense drin. Ich mache das trotzdem ganz gerne, weil man es dann visuell hat. Wenn oben drüber nichts trifft, dann wird diese Regel hier getroffen. Und das ist einfach nur zur visuellen Darstellung. Das ist, ich weiß nicht, ob das ein Tick von mir ist oder ob das andere Leute auch so machen. Ich finde es hilfreich und deswegen, ja, behalte ich das so. Was wir aber falsch gemacht haben, ist definitiv bei der letzten Regel hier zu sagen, hey, erlaub einfach den kompletten Zugriff auf diese Firewall. Denn diese Firewall, this Firewall hier, bedeutet auf diese gesamte Box. Und das bedeutet, ich kann natürlich auch auf andere Ports zugreifen. Ich könnte jetzt also aus dem Wide Area Network ein Port Scan machen, der diese komplette Firewall hier untersucht und dort drinnen dann vielleicht auch was findet, was offen ist. Vielleicht habe ich ja noch was anderes hier gehostet. Bei OpenSense ist das relativ unwahrscheinlich, dass euch das passiert. Es sei denn, ihr installiert irgendwie seltsamerweise neue Dinge. Das braucht man aber ehrlich gesagt bei OpenSense fast gar nicht, außer vielleicht Plugins. Aber Software müsst ihr eigentlich in den seltensten Fällen dazu installieren, was eben genau der Grund ist, warum zum Beispiel BSD für OpenSense als Betriebssystem gewählt wurde. Trotzdem braucht man hier im besten Fall möglichst genaue Definitionen, wer eigentlich hier drauf zugreifen darf. Das heißt, was ich hier mache ist, ich schmeiße alle aus dem Zugriff raus, die hier keinen Zugriff brauchen. Also in meinem Fall heißt das, die Destination ist nur diese Firewall, alles andere wird blockiert. Und die Port Range, die kann ich hier auch noch ein bisschen einschränken. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier auch mal die Source-Ports aufgemacht, das ist aber ausgegraut, das kann ich nicht anpassen. Das liegt daran, dass ich hier oben kein Protokoll ausgewählt habe und somit jedes Protokoll hier drauf zugreift. Also, was ich machen kann aktuell ist folgendes. Ich kann über TCP und UDP alles laufen lassen. Ich kann TCP und UDP gebündelt auch benutzen. Ich kann aber auch sagen, hey, ICMP ist erlaubt, ESP ist erlaubt, AH ist erlaubt, GAE ist erlaubt, IGMP und so weiter und so fort. Eine ganze Reihe an Protokollen wird hier erlaubt per Standard. Das heißt, ich erlaube durch diese Pass-Regel jedes Protokoll. Das brauche ich nicht. Um auf diese Oberfläche hier zuzugreifen, um auf diese GUI von OpenSense zuzugreifen, brauche ich eigentlich technisch gesehen nur TCP. Mehr brauche ich nicht. Und alle anderen Protokolle werden hier dann rausgeschmissen. Und ich kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, hey, schau mal, eigentlich brauche ich hier tatsächlich für meine OpenSense weder Port 1, 2, 3, 4, 22, 1, 3, 3, 7 oder 80, 80. Die brauche ich alle nicht. Da könnte ja theoretisch noch was gehostet sein. Ich weiß, dass es bei dem Beispiel hier nicht der Fall ist, aber grundsätzlich könnte ich ja auf meinen VMs noch mehr hosten als nur das. Und ich weiß unter Umständen gar nicht, was andere Teammitglieder dort hosten. Das Einzige, was hier also öffentlich sein sollte, ist ausschließlich der Port, über den ich hier drauf zugreife. Und wir wissen, HTTPS läuft immer über Port 4, 4, 3. Das heißt, ich kann hier eigentlich alles rausschmeißen, was nicht HTTPS ist. From HTTPS to HTTPS. Oder ich gebe halt eine Zahl ein. Das kann ich auch machen. Aber wenn wir hier natürlich irgendwie Mail hosten, dann sollte natürlich nur die Mail-Ports offen sein. Und so weiter und so fort. Also das heißt, ich kann hier eigentlich meinen Zugriff sehr, sehr viel stärker einschränken. Denn die brauchen hier keinen Zugriff auf irgendwas anderes außer HTTPS. Also das heißt, was wir hier machen, ist im Endeffekt das Prinzip des niedrigsten Privilegiums. Auf Englisch hat sich das viel, viel cooler an. Das Principle of Least Privilege. Das heißt, ich gebe so wenig Rechte raus, wie ich nur irgendwie kann. Im Grunde genommen nur halt genau das, was man hier machen muss. Und das ist das, was hier passiert ist. Was man aber auch trotzdem machen sollte, man sollte definitiv die Pakete loggen, die von dieser Regel hier gehandelt werden. Das heißt, alles, was ich sozusagen produziere. Also wenn ich auf diese Website zugreife, dann wird das geloggt. Und das finden wir hier dann unter den Log-Files. Da kann ich dann drauf zugreifen. Okay, jetzt kann ich hier sogar mein SourceOS, also mein Betriebssystem definieren. Und das muss eigentlich auch nicht so viel sein. Grundsätzlich weiß ich aber nicht genau, was ich immer für ein Betriebssystem habe, weil bei mir das zufällig gewählt wird. Und ja, deswegen lasse ich mal das SourceOS frei. Und wenn ihr jetzt hier natürlich noch ein bisschen weitergehen wollt, also ihr könnt natürlich das SourceOS einschränken. Ihr könnt aber auch hier zum Beispiel einen Zeitraum setzen, von wann bis wann das Ganze überhaupt aktiv sein soll. Und wenn diese Regel nicht aktiv ist, dann wird trotzdem auch der Zugriff hier drauf geblockt. Das könnte man wunderbar machen. Ich kann das zum Beispiel machen, dass ich immer sage, hey, ich nehme zwischen 8 und 10 Uhr auf und in der Zeit muss ich dann halt fertig werden. Eignet sich aber natürlich für meinen Zweck hier relativ wenig. Wenn ihr allerdings zum Beispiel sagt, hey, diese Website soll irgendwie zwischen dann und dann nicht erreichbar sein, dann könnt ihr das natürlich auch aussetzen. Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, okay, jetzt mal kurzzeitig ist das ganze Ding hier einfach nicht erreichbar. Das geht selbstverständlich auch. Okay, meinen Gateway kann ich setzen zu entweder dem Warn-Gateway 2, den wir hier über IPv6 definiert haben, oder dem IPv4-Gateway. Okay, ist aber in dem Fall völlig egal, weil Default passt perfekt. Und die erweiterten Optionen sind eigentlich auch ziemlich lustig. Hier kann ich zum Beispiel meine Pakete noch ein bisschen genauer definieren, wie die aussehen sollen. Also zum Beispiel die TCP-Flags sogar wirklich festlegen, um dann hier zu sagen, das soll weg und das soll nicht weg. Machen wir hier nicht, weil man hier natürlich einfach sich mit der Website verbinden möchte und dann ist das auch soweit in Ordnung. So, das heißt, wir haben jetzt das Ganze nochmal mehr eingeschränkt. Wir haben gesagt, okay, nur diese Firewall und nur Port 4-4-3. Und in einem Port-Scan würde jetzt einfach jeder einzelne Port weggeworfen werden, der nicht 4-4-3 ist. Und das ist das Besondere hier dran. Das heißt, wir sehen, wenn ich einmal kurz hier auf OpenSense gehe, wir können hier weiter wunderbar darauf zugreifen. Aber wenn zum Beispiel jemand jetzt hier irgendwas anderes zugreifen möchte auf die OpenSense, dann wird das hier verboten. Jetzt passiert aber was Doofes. Wenn ich jetzt mich nämlich mit WireGuard zum Beispiel verbinden möchte hier, dann kann ich mich hier auch nicht mehr rein verbinden. Also auf meine Webseite, die ich eigentlich sehen sollte. Weil ich hier in meiner OpenSense alles blockiert habe, inklusive WireGuard. Und das ist vielleicht ein bisschen doof gewesen. Was wir also machen ist, wir gehen nochmal kurz hier zurück in unser WAN-Interface und wollen jetzt hier selbstverständlich den Zugriff auf diese Firewall auch für den WireGuard-Port aktivieren. So, jetzt gehen wir mich hier ganz kurz... Was sind die automatischen Rules? Achso, ja, okay. Jetzt gehen wir mich hier ganz kurz auf unser Edit. Und dann sehen wir hier... Aha, wo ist es da? Aha, wir können eigentlich nur von HTTPS bis HTTPS angehen. Wir können aber selbstverständlich hier auch hochgehen und dann alle Ports bis, ich glaube, 51.820 erlauben. Aber das wollen wir selbstverständlich nicht. Wir wollen ja HTTPS erlauben und wir wollen den anderen Port erlauben. Also diesen 51.000 Port. So, was wir also machen können ist, wir können hier nur eine IP oder eine Port Range eingeben. Das ist doof. Deswegen wird das hier nicht für uns funktionieren und deswegen brauchen wir eine zweite Regel, wo speziell dieser Port erlaubt wird. Also klonen wir uns das Ganze hier und sagen, okay, wir erlauben ein Pass für das WAN für die Direction rein. Also quasi, wir können uns damit verbinden, nur für TCP. Wobei das nicht TCP ist, oder? Ähm, soweit ich weiß, sendet WireGuard alles über UDP. Das müssen wir jetzt gleich probieren. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ähm, genau. Protokoll UDP. Die Source ist uns wieder mal egal. Wir sagen aber, man soll sich nur auf diese Firewall verbinden können. Und zwar von einer Range. Und WireGuard gibt es hier leider nicht. Ähm, von Other bis Other. So, und hier haben wir jetzt natürlich einmal das, was wir abschreiben können. Die 51.820. Und von genau da bis genau da wollen wir das Ganze erlauben. Alle anderen Ports sollen nicht erlaubt werden. Und wir wollen selbstverständlich, dass diese Pakete gelockt werden. So, äh, alles andere bleibt so. Und wir speichern das Ganze mal und applyen unsere Changes. So, das heißt, wir sehen, aha, jetzt haben wir noch eine zweite Regel hinzugefügt, die UDP-Traffic erlaubt auf exakt diesem Port. Und ansonsten keinen. Und jetzt aktivieren wir diesen WireGuard VPN mal. Und schauen mal, ob wir uns jetzt wieder hier verbinden können. Und wir sehen, aha, jetzt können wir uns also wieder mit NGINX hier verbinden. Das bedeutet, wir können auch WireGuard hier wieder benutzen. Und sind hier dabei. So, und damit haben wir quasi alle Ports, die uns irgendwie wichtig sind, hier erlaubt. Das heißt, wir haben im Endeffekt den Zugriff noch sehr, sehr viel weiter eingeschränkt. Davor war Port 80 offen, 22 war offen, alles war offen. Während wir jetzt hier gesagt haben, hey, ähm, wir nehmen wirklich nur den Traffic entgegen, den wir wirklich brauchen. Einmal HTTPS, damit ich auf dieses Interface zugreifen kann. Und einmal den WireGuard-Port für UDP. Und ich hatte übrigens recht mit UDP. Richtig im Kopf gehabt. Sehr gut. Und da ich ja jetzt weiß, dass ich mit WireGuard, also ich bin ja jetzt gerade über WireGuard verbunden hier, dass ich ja weiß, dass ich hier trotzdem noch weiterhin auf meine OpenSense zugreifen kann, kann ich endlich die Regel hier im Warn wieder deaktivieren. Denn jetzt kann ich einfach sagen, okay, ab sofort soll niemand mehr auf dieses Web-Interface zugreifen können, über das öffentliche, ähm, über die öffentliche IP oder über den öffentlichen Namen. Wir wollen, dass das ausschließlich geht, wenn man mit WireGuard verbunden ist, sprich, wenn man mit einem VPN in unserem Netzwerk getunnelt ist. Das heißt, die einzige Regel, die wir hier brauchen, um Zugriff zu erlauben, ist eine Regel, dass wir uns mit WireGuard verbinden dürfen. Und jetzt sehen wir hier selbstverständlich, ich kann mich immer noch hier mit wunderbar verbinden, aber sobald ich jetzt WireGuard deaktiviere, oh oh, da lädt nicht mal mehr meine OpenSense. Ich habe sozusagen überhaupt keinen Zugriff, außer ich stehle von irgendeinem Benutzer seine WireGuard-Keys und damit meine ich selbstverständlich die Private Keys. Und, ähm, ansonsten kommt man gar nicht mehr rein. Ansonsten kann man nichts an der Firewall ändern, ansonsten kann man nicht auf die internen Systeme zugreifen. Und, ja, das ist so ziemlich das Wichtigste, was wir hier mitnehmen können. Im nächsten Video möchte ich euch vielleicht so ein kleines Update geben, was man eigentlich genau bei seinen Firewalls alles beachten muss, weil es halt dann doch sehr, sehr viel ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.